Hallo, meine einarmigen, tanzenden Arschbären. Ja! Entschuldigung, ich bin schon ruhig. Heute malen wir etwas und ja, dann fangen wir mal an. Let's paint mit Eric und Justus. Malen wir ein Auto, komm, lass das Auto malen. Okay, wir machen jetzt mal ein Auto. Ja. Okay, aber man darf die Marke nicht draufschreiben, okay? Okay, okay. Sonst ist ja mega einfach. Ja, ja, ist klar, ist klar. Let's paint mit Eric und Justus. Ich mach's richtig fett 3D. Mein Auto ist von links, oben und rechts 3D. Okay, dann brauch ich jetzt hier noch eine ordentliche Scheibe. Auspuff natürlich. Ah ja, Auspuff bräuchte ich auch vielleicht. Türen habe ich keine, ja, ist das schlimm? Nein, 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 nein. Let's paint mit Eric und Justus. Scheibe. Ich hab voll die Idee. So, das ist eine Frontscheibe. Lenkrad. So, Lenkrad. Wow! Das sieht schon mal fresh aus. Ich hab keine Türen, aber das passt schon. Stell dir einfach vor, das wären vier Auspuffrohre, ja? Jo, jo. Let's paint mit Eric und Justus. Warte, da mach ich ein Gesicht drauf. Das ist so gut, meins. Du wirst keine Chance haben. Glaubst du? Scheiße, Mafia-Fuck. Okay, cool. Let's paint mit Eric und Justus. Ja, okay, weil mit dem Auto, was ich hier gerade gemacht habe, ist es nicht so schwer zu gewinnen, ehrlich gesagt. Ich bin so gut. Hast du nicht meine alten Bilder gesehen? Die waren schon heftig. Ich hab alles in Grund und Boden gestammt. So, ich bin fertig. Ich bin einfach zu schnell. Warte. Haha, Hilfe. Let's paint mit Eric und Justus. Guck mal, mein Auto ist so schnell, du kommst erst gar nicht hinterher. Ja. Aber dann, ich muss meine Felgen nochmal überarbeiten. Was ist das? Lufthansa. Was ist das? Ja. Hey, meinst du es viel kreativer als deins? Ja, kreativ ist es. Das ist keine Frage. Ja, dein Auto könnte von einem Erstklässler gemalt werden. Also meinst, deins ist Kunst, weil man nicht erkennt, was es sein soll? Das Auto ist nicht von Lufthansa. An dieser Stelle hatte ich keine Ahnung, was ich sagen sollte, weil dieses Auto es nicht gibt. Ah. Es ist gesponsert worden. Let's paint mit Eric und Justus. Wahrscheinlich irgendein Flugauto, oder? Ja, ja, genau. Boah, warum hast du einfach da einen Penis raushängt? Ah, was denn? Das ist kein Penis, das ist der Auspuff. Achso. Ja, warum schreibst du da einen Penis dran? Ja, das war der Text, den ich rausversehen geschrieben habe. Ja, was ist es denn jetzt? Wie heißt dein Auto? Es ist ein Mustang. Let's paint mit Eric und Justus. Ja, was ist meins? Es ist doch ganz einfach zu erkennen. Ferrari. Ja, Mann. Weißt du, was das Geile ist? Ich kann auf einen Knopfdruck das Auto ändern. Okay. Was ist, wenn ich es gelb mache? Ja, dann ist es gelb. Nein, dann ist es ein Lamborghini. Mein Gott, ich bin enttäuscht von dir. Let's paint mit Eric und Justus. So, Kameraden. Ich muss noch was erledigen, weil ich bin busy und... Ich kann ihn auch verlinken, ich kann seinen Hauptkanal verlinken. Okay, cool. Er braucht ein bisschen mehr Abonnenten. Ja, ich habe noch nicht so viele. Okay, ähm... Tschüss.